Moin ihr Fliesenhelden, grüßt euch! Matze von Schlüter Systems. Ich stelle euch heute das Produkt Schlüter Re-Fleece vor. Re-Fleece ist ein selbsthaftendes Fleece, was rückstandslos wiederentfernbar ist. Und ich zeige euch, was ihr dafür benötigt. Natürlich unser Fleece, eine Andrückrolle, Nitrasson Klebewand, eine Wasserwaage, einen Staubsauger, eine Schneidunterlage und ein Cuttermesser. Schlüter Re-Fleece ist überall dort geeignet, wo ein häufiger Belagswechsel stattfindet. Der Untergrund muss eben tragfähig und sauber sein. Deswegen sauber brennt es. Die Fläche ist sauber und ausgemessen und jetzt fangen wir an mit dem Verlegen. Die haftende Seite ist oben, damit sie beim Zuschneiden nicht verschmutzt wird. Das Fleece lässt sich ganz einfach zuschneiden. Nach dem Zuschneiden wird das Fleece ausgerollt, justiert und anschließend angedrückt. Vor dem Andrücken lässt sich das Fleece wunderbar korrigieren. Alle Stoßfugen, wie auch Boden- und Wandanschlussfugen, werden mit unserem Klebeband überarbeitet. Das Abkleben verhindert, dass Fliesenkleber auf den Untergrund eindringen kann. Da wir sockelfrei arbeiten, benutzen wir hierbei unser Schlüter Dilex BWA Profil. Wir fixieren unser Dilex Profil, anschließend verlegen wir wie gewohnt unsere Fliesen. Ich ziehe das hier durch, lege das zu Ende und wir sehen uns beim Rückbau wieder. Willkommen zurück. Die Fläche wird nicht mehr benötigt. Wir starten jetzt mit dem Rückbau und dafür brauchen wir folgendes. Einen Saugheber, einen Cutter, Schutzausrüstung, einen Winkelschleifer mit Staubsauger. Kleiner Tipp, wir schneiden natürlich nur so tief, dass wir den Untergrund nicht beschädigen. Jetzt wird's lau. Sollten sich doch mal Rückstände auf dem Untergrund erfinden, kann man dies einfach mit lauwarmen Wasser und einem Tuch entfernen. So, jetzt kommen wir mal zu den Vorteilen von Schlüter ReFleece. Es lässt sich schnell und einfach verarbeiten. Es ist selbsthaftend. Es hat eine niedrige Aufbauhöhe. Es hat eine Trittschallreduzierung von 9 dB. Es besteht zu 100% aus recyceltem PET. Es ist schnell und rückstandsfrei entfernbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Viel Spaß beim Verarbeiten von Schlüter ReFleece. Die Blödenlöden Als Kind